Schlanke Fusse, muskulöse Böse, starke Fieke Schultern, schöne muskulöse, sexy Boden, einen wunderbaren Gürtel, Brust und dazu noch einen poigen Knack. Aller Muckersers trainieren wir mit einer Übung, die du jetzt lernst. Und das ist der Liegedrehte-Gestütz. Eine ganz persönliche Lieblingsübung von mir aus unserem Body Change Change Programm. Muss los, soos. Wir gehen auf den Boden, achte da immer darauf, dass du Gelenk schon drunter hoch gehst. Das heißt, dich auf einer Seite, an der Seite, an der Seite, an der Seite, an der Seite. Abstützen und dann runtergehen, okay? Auch wenn du noch jung bist? Schlanke Fusse. Okay, geh, geh, geh. Du gehst in den Liegestütz. Und dann noch eine Vereinfachung, okay? Dann gehst du hoch, wieder tief und wenn du hast gemacht, das Sprachenlernen-Bubble, nimmst du den Arm nach außen und drehst dich zur Seite. Die Seite. Genau die Seite. Zu anderen gleich hoch, tief und nach gleich drehst dich schön weit raus, so aus, aus und komm zurück. Für diejenigen, die eher am Anfang sind, die eher am Anfang wie tief, ich würde sagen, Anfänger, zwei Wiederholungen, fortgeschrittene, drei Wiederholungen. Was ist wichtig bei dieser Übung? Diese Übung sollte langsam und intensiv ausgeführt werden. Denn umso langsamer du die Übung machst, umso langsamer machst du die Übung. Außerdem achte wieder darauf, dass die gesamte Kormuskulatur fest ist und du den Bauchnabel an die Säule nach hinten ran ziehst. Das muss so dein Gefühl sein, okay? Ein letzter Tipp noch für dich. Ich trink Wasser. Wenn du zu wenig Wasser trinkst, trinkst, zu wenig Wasser in diesem Sinne, wir sehen uns gegassert. Bis zum nächsten Mal.